Hallo und herzlich willkommen zu WatchingTV, dem kürzesten Reisemagazin der Welt. Diesmal aus Beppo, der Heimatstadt der Onsen. Ich sage euch, dass es entspannt hier. Sogar mein Hostel hat im Onsen. Einfach nur geil. Ich sage euch was, kommt her, es ist so geil. Also, Beppo, merkt euch das, wenn ihr noch hier abbekommt, Beppo. Bis dann, bitte wenn ihr nehmt für WatchingTV. Tschüss.